Ja, Meißen steht da unten drauf. Ja, aus Meißen, Meld in Hongkong. Ja, Senioren-Gymnastik. Volk, 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 Leipzig gewinnt heute. Bevor es soweit ist, geht Bagatelli ins Volk und macht eine Vorhersage. Verrate mit deinem Namen und ich sag dir, wie du heißt. Das ist ja dann auch nicht mehr schwer, nicht? Rachel? Annette? Annette, du brauchst keine Angst zu haben, hier kann dabei nichts passieren. Das Volk war begrenzt, begeistert, der Herr von der Versicherung macht schon ein Foto. Ist dir im Leben nichts gelungen? Als der Gaukel endlich ging und den Teller nur mit einer anfing, da war Annette und das Volk aus dem Häuschen.